Okay, willkommen zurück. Das ist aber jetzt kleine Türchen. Pokémon Reborn. Ja, aber hier sind wir gerade im letzten Part. Wir sind in den Kampf geraten. Und damit beginnen wir heute. Youngster Marshal. Okay. Äh, ist noch ein bisschen zu schwach. Ich will erst mal Max kämpfen. Und so Pflanzen-Togmon effektiv wäre. Eventuell. Hm, das auch. Ich wollte jetzt nicht mit dem Mord gegen den Wasser rum kämpfen. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Codys Level 10. Äh, eine Attacke. Mega Drain. 40 und 100. Äh, ja. Ingrain dann halt. Und jetzt. Schon besiegt. Da ist eine Sache auf dem Weg. Ja, genau. Hier. Hier treffen wir den jetzt. Confirm. Ja. 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 Jetzt. Ja. 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 Okay. Okay. Na Los. Recent police intelligence suggests multiple large operations are being coordinated from within the given industrial facility. So, unfortunately, that's my sister, Florina. As you can see, she is allergic to words with less than three syllables. No such allergic exists. The speaker simply understands the importance of maximizing precution and efficiency of language to whatever vernacular is deemed most efficient. Like I said, some people call her Flobot because of that. Well, I call her Winnie. Because she is not a Flobot. What's wrong with Flobot? Flobot? What a Flobot is. She is Winnie. True and true. And like she said, we got a report saying a group here is plotting to blow more stuff up than just Grandview Station. Like the gym. My gym. Only one who's allowed to blow up my gym isn't. So I was on the money. As it happens, we were also just coming here to clean up the police mess. Well, and Max, despite traditionally good intentions, breaking and entering property without proper warranted brand and procedure remains punishable by now. Hey, Flobot, you ever heard of this thing? It's called not being red-blacked. Winnie is right. As average citizen, you could get in serious trouble for trying to barge in on private property unauthorized. Now, let's get in there and get to business. According to Super Top Secret Ultra Ninja Intel, this building belongs to a group called Team Meteoron. This name, right? Why does everyone have to be a Team something? Isn't that just broadcasting to the world that they are bad news? Do-do-do. But they are totally the same ones that blew up Grand Rio Station. And if we don't get in here and boom their faces off, they are gonna cause havoc. A practice I normally approve, but not like this. So our troops move out. Leave it to the electric cleaner to steal old thunder. Whatever. Just try not to slow a stone, Max. And if you can figure out how to be slightly helpful on the way, that would be great. Puh, also der Typ, der... Ja, der grünen... Der Fernweer, glaube ich, heißt. Der redet ganz schön viel. Entschuldige ich mein schlechtes Englisch. Das ist halt wirklich... Gerade bei dem... Da sind auch viele Fremdwörter drin, die ich da ein bisschen... Besonders schlecht lesen dann. Ich gebe mein Bestes. Und ich würde mal sagen, jetzt rein rot. Mit Spaß. Schmeißen wir dir aus den Kraftwerkhaus. Das ist die Meteor. Dieses Place smells terribatastisch. Es ist die Önne. Die economicalen ReAA-flügelenke Erleichterung. Das ist die Önne. Die Önne. Die Önne. Die Önne. Either way, they are still the bad guys, are we gonna do something about it or are we just gonna stand here sniveling? Rather than a source of active pollution, this facility appears to be collecting data on the water. Wait, 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 wait. Where are all the teeny tiny birds to go? Data purge suspected. The prothesis facility operators have begun procedural deactivation of non-critical systems to avoid deruling in kinetic gathered data and information. Then let's stop trickling old sums and get moving already. We don't exactly have the footage of the stealth after a certain summon announced or presents by blowing up the entire front door. What am I just supposed to not blow these up? Don't be ridiculous. The path diverges ahead. The most efficient course of motion to the facility for true investigation and reclamation of the property necessitates a similar restriction of the party. Could you try to speak English for once? She said we should split up. Duh. Winnie, will you come with me? Will you take the site about? Max, you go with her. Oh nein, bitte nicht. Find us to let this attitude get to you. Excuse me? Nothing. Come on, Winnie. Let's go. I want to come with you. I am with the Faron. Proceed with caution. I always do this. You were not the intended recipient of my previous statement. Permission for you to be life in danger when you make this granted. Now he looks full. As you can see, she didn't get enough hugs growing up. Not my problem. Well, Max looks like you and me are down. Come on, smile. You are lucky you have me to carry you. Just try not to slow me down. Got it? Verdum did somebody not ever come. So, the esteemed guests of Honor have arrived. I know, they say you should knock before you enter. But I don't think they quite meant for you to knock the entire door. I can't offer you to announce your calling. True. Not that it was entirely necessary when we already got a tip that the police had found just this place. But can't none of this. Give us ample time to go. A few repety-bop-bop-bop buttons and move. Data was released to the right. Bye-bye, Data. Name's Ace. What's the way? First to eight agents that is taken system and systemic admin. Master magic and professional that end to me doing little vaguants like you selves. In the first place you should know that I am more steamed than a sonar that we have to go around dumping all this carefully collected information. I mean, sure, it'll be on the network and doesn't use cloud storage these days. But still, it feels bad. How could you do this to me? And there's so much to go through and delete. These file transfers say it's two hours remaining. Wait two minutes. Nope. Three hours. Who knows how long it'll take. So if you could just stay here in place, stand right there. Yes, just like that silly expression and all. For just some time. You need to be much obligated. I suspect you want to... Gruntz. What an unfortunate name, by the way. Isn't that disrespectful? But if you wanted to be called something else, you should be better. Anyway. Little Gruntz, please, though. Or yes, though. Buy me enough time and I'll buy your wages another day. Okay. It's one of here from the Chef in the Coast. Let's hide on the repair of. What the hell is the problem? I was expecting some kind of sinister team, not a spring-picked foods basket. Let's just get up there and wipe that stupid smile of their face. So what are you saying? So what can you say? Oh, don't you want to get me out of here? And it's locked. That's a lot of fun. Okay, what are you worrying about? Okay, let's go down. Okay, where do you go down? Okay, where do we go down? So what are we going next to this? Let's go down to this later? Oh, good crap. Oh, I'm sorry. Ich kämpfe erst mal die und dann die anderen. Meteor und Grunt. Bruno ist jetzt. Okay. Jetzt gehen Meteor rüber. Kämpfen. Wie war das denn normal? Wie war die Attacker? Okay, go. Und Crowley geht's da unten. Quick Attack. Wow, das hat nicht viel gebracht. Das ist eventuell ein klein bisschen unterlevelt. Gut, das sind auch mein schwächeren Pokémon. Er nimmt uns das jetzt eher nicht so gut. Er nimmt Level 9 gegen Level 12 Pokémon kämpfen. Das ist auch ein bisschen. Gut, wenigstens ist ein bisschen was getan. Na dann. Sehr schön. Gut, gut. Du bekommst mir. Gut, wir haben uns exterminiert. und Geld für das Gewinnen bekommen, versuche ich mich halt von hinten durchzuschleichen, von hinten auszutricksen, das wird wahrscheinlich nicht gelingen, aber bevor wir schon mal hier sind, Intudors sind in unserer Base, Mr. White ist da, haben wir die mal außenrum abgeschaltet, bevor wir uns den in der Mitte widmen, nochmal nach hätte ich das Problem, oh, wir wollen wie geheilt oder was, ich würde gerne mal wissen, was das kann, ich dürfe mal was mal, Oh, Attack Mist, dann halt nicht, aber Crowley, Quick Attack, super, Quick Attack ist nicht besonders effektiv. Am wenigstens bringt es etwas. Die Musik ist auch wieder großartig, ich liebe sie, die Musik ist einfach fantastisch, wenn ich etwas ganz eigenes, da habe ich die original Pokémon Musik genommen, hätten wir wahrscheinlich sowieso nicht gelohnt. Und ich meine, selbst das irgendwie zusammengemixt, was ich wirklich großartig finde. Das macht das Spiel noch stärker. Oha, das war eine gute Attacke. Die beste Attacke. Level 12 für Yumi. Und besiegt. Jetzt fliehen da jetzt ab. Ich sehe nix. Ah, bis wir nicht kurz da mal rauskommen. Eins gezielen. Äh, ok. Au, kacke. Ich habe keine Ahnung, was du gehst. Ich muss widersprechen. Ok, was haben wir hier? Ich würde mal sagen, Absorb. Das ist eine gute Idee. Ist auch mal nicht meine Attacke, oder? Nein, das war das andere Pokémon. Ah, sicher Platz. Absorber. Ja, gut. Ist nicht sehr effektiv. Probier sie mal aus, die Attacke. Ist natürlich nix gegen die Attacke meines Partners. Ist das irgendwas bewirkt? Ich habe mich nicht aufgepasst. Ok. Ne, das bringt nichts im Angriff. Da sitzt ich lieber auf Absorber. Ist wahrscheinlich effektiver. Vielleicht können wir damit jetzt noch das letzte bisschen Pickup so oben. Sehr schön. Die entscheidenden Hit. Level 12. Ja, sehr schön. Ah, ok. Wir müssen da hoch. Wir müssen die Fahrstippen, um da hochzukommen. Wir gehen. Ok, und jetzt müssen wir erstmal die Kurzfrasche. Ah. Na toll. Wir haben mal eine 7. Guck mal, hier das mal. Modi muss nach vorne. Das ist gerade der Schwächste. Menüoto. Jaal. Das ist der Monitor. Wir haben ein Ziel. Wenn wir es erreichen wollen, wollen wir es in unserem Weg bekommen. Was machst du hier? Ich werde besiegen. Okay. In Aluna Schleimung. So. Verbrennen wir das Schleimung. Das ist gar nicht mehr so effektiv. Erlaufmodi. Genau so. Das ist schon oft zu mutterlich effektiver. Verbrannt und paralysiert. Das ist doch was wir dazu. Stark gekämpft. So. Next. Quick Attack greift auch als erstes an. Heißt halt Quick Attack. Die Rüpel sind ja auch besser als die Rüpel, die man aus alten Pokémon spielen kennt. Aber das muss nichts heißen. Weil die Rüpel aus den originalen Pokémon spielen sind schon wirklich übel. Das ist wirklich übel scheiße. Das ist Team Rocket so. Und Team Galaktik und so weiter. Das war schon. Das ist schon echt grenzwertig. Ziemlich einfach. Vor allem am Anfang. Die ersten Rüpel auf die man trifft. Das ist selbst noch wahnsinnig unterlevelt. Aber trotzdem. Die Rüpel in Pokémon spielen. Ist halt wirklich irgendwie lächerlich. Sehr schön. Da haben wir es. Auch sehr schön. Wenn wir ein Team sind. Wird werden wir hier weniger heilt. Ok Spark. Dann vergiss mal das hier. Was auch immer das war. Ok PU 03. Aktiv. Aha. Hier ist ein neun. Ich denke hier ist noch ein Kurs. Nur mal überbrauchen. 100 Pass. Den sehe ich anders. Und weiter gehts. Die schaffen wir heute noch. So. Dann benutzen wir den Aufzug. Und. den Kampf gegen den Boss. Hier machen wir mal. Am nächsten. Paar. Dann. Hallo da. Klein Stein. In der Frisur. 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 Ah. Ah ne, ich habe die Sammlung angucken, genau so. Ich kriege keine Erfahrungspunkte, das ist blöd. Ich habe mal eine 3XX. Also 3X1 ist der Code. 3X1 ist der Code. 3X7, 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 3X9 wahrscheinlich. 3X7, 3X9 ist der Code. 3,1,7,9, Du waren noch zehn. So, worauf gehts. Hey, what gives? Sorry, little randomies. I am afraid the power's been cut on your little hit and rescue operation. The trapped in a box trick gets them every time. Be good, little legend... The show is over and we've dealt with your gym leader's friends. Will you make Harry World? Oh, well, that's awkward, because you don't actually have a choice in the matter. It was one of those rhetorical questions, you know. Don't worry, little one. You figure the clues out eventually. Why don't you think on it while you are trapped there? Actually, a bad idea. You two are obviously stabbing young trainers with a sense of justice and urgency. I know you just got here and this offer usually comes closer to the climax. But let's just get it out of the way now. Would you consider joining us? Our methods might not be popular and that's kind of the point you know. But I promise you, these little heroes, they are the ones looking out for this region. They come with great instruments and family plans. Let's just give it a sink there. Let us out of here and I'll tell you exactly what I think. Hmm, nope. I'll come back and check on you once where all cleaned up. So until then just two or not. Okay, we'll still hear him get out of here. Hmm, there's Julia. Agent, the front wing has been destroyed. Gym leaders are coming up. Just when we'd gotten a break. I suppose I will deal with this myself. I'm tight, you too. Primary security overdridden. Elevator power restored. No, you just did not. This is my security station. Trats. I guess robots can be good for something. I'm sure it isn't only. Let's hustle, Max. Er schnell raus hier, will ich mal raten. Double Trats. One, a good take. Two, two, fair, but... But three is really dropped. And four is right out. Consider this as a tactical if temporary retreat. The commander will have orders, I'm sure. TTFTT. Ta-ta for the time. Please feel free to show yourselves out of your own nature. And get back here, so I can blow your face off. Ah, what a coward. Coward. With your headquarters confirmed. Beyond gates. So then it's just a matter of opening it. I am sure a leaked road could blow this up too. But I am starting to run out of use. Yeah. This facility's detector security systems appears substandard. The final firewall has been accessed on only a secondary one remade. A brute force attack should be sufficient. Please hold. Brute force. Brute force? Really. I don't think we're gonna be able to punch through the door. But... They were responsible for blowing up the station. And they were planning to hit my gym too, right? I bet they'd let us blow their boomies. If we asked really nicely. And maybe punched them in the face. And then asked nicely again. If we can get loose. I can get us past. Past here no problem. Next thing you can find where they keep the explosives. A facility map indicates a storage room behind security log on the north side of the premises. There I bet that's where they are. If you can do that really and easily. Why is combustion or solution to every obstacle? Because it's fun for the whole family. Indeed. Whatever. I for one don't care to stand around all day with... Looper's... Place with... Computers. That's the spirit. For once... Say something I agree with. Quick Max. To the boom mobile. Okay. 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 Ich würde mal sagen. Sieht's mit der Zeit aus. Wahrscheinlich schon länger überschritten. Machen wir mal schnell Schluss hier an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Ja, heute mal ein bisschen längerer Part. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020